So, ich fange jetzt hier an schwer aufzuräumen und man sieht da hinten, es gibt so Ecken in meiner kleinen Werkstatt, die haben es wirklich sehr, sehr nötig. Am letzten Tag des Jahres, und das ist bei mir heute der letzte Tag, den ich in meiner Werkstatt verbringen darf, verbringen darf, genau, da wird die Werkstatt gereinigt. Ja, man kann natürlich alles aufräumen hier. Ich habe hier so eine Restekiste hinten von Wegen, die sieht katastrophal aus. Meine Schweißdrähte müssen sortiert werden. Grundsätzlich muss hier alles von Staub und Dreck befreit werden. Aber wir haben natürlich auch Schweißgeräte und die Schweißgeräte, um die wollen wir uns heute auch kümmern. Standardmäßig wird da immer gesagt, aufschrauben, kräftig ausblasen. Das war's. Das war es bei mir definitiv immer nicht. Ich blase meine Geräte eigentlich zumindest im ersten Schritt auf gar keinen Fall aus und ich kann das auch wirklich nicht raten. Warum ich das nicht raten kann, das werden wir uns natürlich nachher angucken, beziehungsweise ich werde euch das Ganze so ein bisschen argumentieren, wie ich da vorgehe. Was ich im nächsten Schritt heute noch machen will, ich will mich um meine persönliche Schutzausrüstung kümmern. Außerdem habe ich noch so ein paar andere Punkte, die ich natürlich überprüfen werde und optimieren werde. Wenn er dazu Lust hat, dann freue ich mich, wenn er mir hier in diesem kleinen Video ein bisschen zuguckt. Ich habe hier auch noch neue Projekte für das nächste Jahr schon in Arbeit, beziehungsweise schon fertiggestellt. Das ist ein absoluter Knaller. Der kommt gleich am Anfang des Jahres. Kann ich euch versprechen. Habe ich eingepackt, will ich noch nicht öffentlich zeigen, werde ich am Anfang des Jahres dann zeigen. Also es ist ein absoluter Knaller. Die beiden Scheiben, die wurden mir mal empfohlen. Darum habe ich mir die einfach mal bestellt. Metal Shock, das ist eine Diamant-Trennscheibe. Das ist eine Hartmetall-Trennscheibe. Sehr interessant. Und das werde ich einfach mal ausprobieren und dann gegebenenfalls dazu auch mal einen kleinen Bericht abgeben. Bei vielen fängt das Reinigen in der Werkstatt tatsächlich nach wie vor wirklich so an. Eigentlich sollte einem der gesunde Menschenverstand schon sagen, so was macht man nicht. A, man bläst den Dreck hoch. Der Dreck kommt ja irgendwann wieder runter, setzt sich mal wieder. In der Zeit ist er natürlich in der Atemluft. Ich merke das jetzt schon in dem Geschmack in meinem Mund. Ich werde gleich die Werkstatt eine halbe Stunde verlassen, beziehungsweise hier mit Mundschutz weitermachen. Und das ist natürlich, der Dreck kommt wieder runter. Man atmet diesen Dreck ein. Der Dreck, die Luft ist erstmal kontaminiert. Also das ist wirklich eine sehr, sehr unschöne Sache. Sehr ungesunde Sache sollte man wirklich nicht machen. Genau das Gleiche ist es bei unserem Schweißgerät. Wir haben bei dem Schweißgerät, bei 99 Prozent der Schweißgeräte, hinten einen Lüfter. Da wird die Luft angesaugt. Vorne wird sie wieder ausgestoßen. Die normale Luft kommt vorne wieder raus. Der normale Staub kommt vorne wieder raus. Was sich absetzt, ist meistens ein sehr, sehr schwerer Staub. Und dieser Schwermetallstaub ist dann wirklich auch sehr ungesund. Und wenn wir das hier in unserer Werkstatt aufwirbeln und auch wenn wir dabei einen Mundschutz tragen, das ist noch lange Zeit später immer noch in der Luft und das atmen wir dann ein. Das ist genau das, was wir nicht in unserem Körper, nicht in unseren Lungen haben wollen. Darum bin ich aus diesem Grund schon ein ganz großer Feind davon, dass man das wirklich in der Werkstatt macht. Und man sieht das immer wieder. Es wird einfach in der Werkstatt auf dem Schweißtisch oder auf dem Arbeitstisch das Gerät aufgeschraubt. Dann wird da mit Druckluft rangegangen. Ich habe sogar jemanden gesehen, der das neulich im Internet mal vorgemacht hat oder so. Maße ich mir nicht an, das zu kritisieren oder so, aber ich kann es wirklich nicht empfehlen. Wenn man das macht mit Druckluft, dann bitte immer draußen. Und wenn man das hier in der Werkstatt macht, dann, wenn man alles gefegt hat, alles sauber hat, sich dann den Mundschutz aufsetzt und dann die hintersten Ecken nochmal mit der Druckluft aussprüht oder so, das kann man sicherlich machen, dann aber mit Mundschutz und danach die Werkstatt verlassen und erst am nächsten Tag am besten wieder in die Werkstatt gehen. Das sollte einem vielfach der gesunde Menschenverstand sagen, macht es bei vielen leider aber nicht. Und das Traurige ist, viele machen das vor, andere machen es nach und denken darüber nicht so viel nach. Also achtet immer auf eure Gesundheit. Hier die Druckluft in der Werkstatt hat viel Sinn, aber nicht hier beim Reinigen bzw. nicht beim ersten Reinigungsgang. Und wenn ihr sowas schon macht, dann wirklich auf den Artenschutz achten. Als Mustergerät zum Reinigen nehme ich heute hier mein WE204P. Das ist das ganze Jahr im Einsatz, hat da immer seinen Platz, steht da immer und damit schweiße ich am meisten WIC, weil das ist so mein Lieblings WIC-Schweißgerät, WIC-ACDC-Schweißgerät. Und ich habe da verschiedene Baustellen. A muss es natürlich gereinigt werden. Ich habe es jetzt extra noch nicht abgewischt, einfach nur hier auf den Tisch gestellt oder nicht abgefegt. Und B hat sich das hier vorne losgerüttelt. Ich hoffe mal nicht, dass ich da irgendwann mal aus Versehen gegengeschlagen bin. Das ist ein Punkt, den ich mir angucken will. Natürlich also reinigen, dann den Gasanschluss hier wieder nachsetzen. Ich glaube, das kann man innen mit einer Mutter verstellen. Hoffe ich mal, dass da nichts ausgeschlagen ist, sonst muss ich mir das näher angucken. Schlauchpaket und Masse habe ich schon abgeschlossen. Natürlich habe ich das Ganze vom Netz getrennt, ist auch immer ganz wichtig. Und was ich noch habe, ich habe mir hier so eine Leere besorgt oder habe mir so eine Leere aus dem Schrank geholt, aus dem Werkzeugschrank. Und damit will ich nochmal die Zündstrecke überprüfen. Ich habe so das Gefühl, als ich das Gerät neu hatte, da hat das Gerät deutlich besser gezündet. Jetzt ist es so ein bisschen, ja es ist nicht schlecht, aber es ist so ein bisschen schlechter geworden. Und darum kann das oft schön hilfreich sein, wenn man das Ganze da mal so ein bisschen nachjustiert. Ganz grundsätzlich ist natürlich so die Frage, darf ich überhaupt so ein Schweißgerät öffnen, um das Ihnen zu reinigen? Ich würde mal ganz klar sagen, einmal im Jahr oder wenn es dreckiger in der Werkstatt ist, dann wirklich auch zweimal im Jahr, sollte man so ein Gerät wirklich reinigen. Da wird kein Hersteller was gegen sagen. Also ich kenne das von keinem Hersteller. Ich bin keine Rechtsberatung, im Zweifelsfall immer den Service anschreiben oder dergleichen. Aber ich kenne da wirklich keinen, der da in irgendeiner Form Probleme macht. Ganz im Gegenteil, das gehört eigentlich zum, ganz normal zum Umgang, zur Wartung, zur Pflege des Gerätes dazu, dass man da wirklich sagt, man geht einmal im Jahr mindestens bei und reinigt das Gerät. Weil ansonsten kriegt man da mit der Zeit wirklich massive Probleme. Man hat ja hinten immer den Lüfter, hatte ich eben schon mal ausgeführt. Und der Lüfter saugt kontinuierlich Luft an. Und gerade wenn wir eine kleine Werkstatt haben, in der wir viel schleifen, da haben wir natürlich immer wieder das Problem, dass dieser Lüfter, wenn das Gerät viel an ist, wirklich immer viel Staub ansaugt. Es gibt dann auch verschiedene Sachen, auf die man achten sollte. Ich habe das zum Beispiel hier so in der Form positioniert. Das heißt, ich habe das nicht irgendwo in irgendeine Richtung positioniert, wo wirklich viel Schleifstaub entsteht. Man sieht das immer wieder. Man hat zum Beispiel so ein Gerät, das steht dann längs und auf der anderen Seite steht dann der Schleifbock, wo geschliffen wird, wo Staub entsteht oder dergleichen. Sowas sollte man natürlich auch vermeiden. Ich nehme hier nichts Elektrisches, kein elektrisch angetriebenes Werkzeug oder dergleichen. Ich nehme wirklich einen ganz normalen Schraubendreher und öffne das Ganze wirklich ein bisschen mit Gefühl. Wenn man so ein Gerät das erste Mal öffnet, dann sind die Schrauben oft sehr, sehr fest. Die werden wahrscheinlich auch maschinell angezogen, um so ein Lösen beim Transport zu verhindern. Und wenn man da gleich irgendwo mit Gewalt rangeht, manche gehen dann mit dem Akkuschrauber dran oder so. Das mache ich definitiv nicht. Ich gehe da so ein bisschen vorsichtig zu Werke. Das Gerät ist innen so, wie ich das erwartet habe. Es ist so ein feiner Staub. Ich bin hier eben schon mal mit dem Finger lang gegangen, sieht man. Und das ist so ein feiner, schwerer Staub. Und den jetzt auszublasen, das wäre das Falscheste, was man machen kann, gerade in der Werkstatt. Wenn sollte man rausgehen. Also wie gesagt, der Staub ist sehr ungesund. Den will man nicht in seiner Atemluft haben, wenn draußen. Und ich habe noch einen zweiten Punkt. Das sieht man hier auch schön. Das ist wie so ein Musterbeispiel. Ich habe hier auch mal größere Partikel. Und wenn ich da mit Druckluft rangehe, die schieße ich durch dieses Schweißgerät. Ich habe hier meine Platinen. Ich habe hier meine empfindlichen Bauteile und dergleichen. Das möchte ich genauso wenig. Und das sind so die beiden Gründe, warum ich sage, lieber nicht mit Druckluft oder erst im zweiten Schritt mit Druckluft. Ein zweiter Schritt bedeutet, ich nehme jetzt einen ganz normalen Staubsauger und sauge das Ganze erstmal vorsichtig ab. Ich versuche natürlich nicht, über diese Platinen hier rüber zu schrappen oder so. Ich nehme so eine ganz normale Kunststoffdüse, die bei jedem Staubsauger damit bei ist. Und so befreie ich das Gerät erstmal von dem größten Staub. Mache ich das hier einfach auf meiner Werkbank, auf meinem Schweißtisch? Natürlich nicht. Warum mache ich das nicht? Weil der Staubsauger oder der Rüssel vom Staubsauger zu kurz ist. Ich mache das hier auf dem Boden. Der Staubsauger steht draußen vor meiner Werkstatt. Das hat folgenden Hintergrund. Wenn ich diesen feinen Staub jetzt sauge, der wird, das gefährlichste daran ist wirklich diese ganz feinen Partikel. Und die wird der Staubsauger nicht rausfiltern können. Diesen Abscheidegrad hat der Staubsauger nicht. Die kommen hinten wieder raus, kommen dann wieder in meine Atemluft. Also genau das, was ich verhindern wollte, dass ich das also nicht mit Druckluft ausspüle. Darum stelle ich den Staubsauger raus. Was er dann hinten wieder rausbläst, das geht dann ganz normal in die Umwelt, an die Luft raus. Also wie gesagt, ist dann nicht so die Problematik. Und das ist bei allen normalen Staubsaugern so. Das ist bei allen Nass-Trockensaugern so. Also wenn die einer hinkommt und sagt in der Werkstatt, ich sauge das jetzt ab oder so. Das, was wirklich richtig schädlich ist, das wird der Staubsauger hinten wieder raushämmern. Das ist das Problem an der Sache. Und darum sage ich immer am besten nicht ausblasen. Wenn im zweiten Schritt dann immer noch so ein bisschen in den Ecken Staub ist oder dergleichen, dann kann man wirklich hingehen und kann es draußen, aber auch bitte draußen, das Gerät auch nochmal vorsichtig abpusten. Aber so im ersten Schritt in der Werkstatt. Und man denkt sicherlich von wegen, ja der spinnt ein bisschen, der muss das Thema so thematisieren oder so. Es gibt wirklich Firmen, in denen arbeiten Service-Mitarbeiter. Die Geräte kommen auf den Tisch. Die Geräte werden im ersten Schritt erstmal aufgeschraubt, um zu gucken, was da ist. Und der erste Schritt ist, in der Werkstatt werden die ausgepustet. Und das wird für ganz normal gehalten. Das sollte man wirklich vermeiden. So, dann habe ich hier meine Zündstrecke. Und das erkennt man schon mit bloßem Auge, dass die so ein bisschen verstellt ist. 0,8 mm sollte die Abstand haben. Man hat hier diese Muttern, die das Ganze so kontern hier. Die muss ich ein bisschen lösen, muss das Ganze einstellen. Habe da, wie gesagt, mein Werkzeug zu. Das ist wirklich auch überhaupt kein Problem, das einzustellen. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Wenn ich jetzt das Gerät anhätte, dann würde man diesen Funken, der da springt, wirklich sehen. Also so kann man so eine Zündstrecke relativ leicht identifizieren. Hier ist eine sehr schöne Möglichkeit, das auch einzustellen. Da ist auch so eine Art Kleber drauf, so eine Art Kunststoffwachs drauf, der das Ganze so ein bisschen fixiert, dass die Schraube sich nicht löst. Es hat sich trotzdem ein bisschen verstellt. Das Gerät hat eine lange Reise von dem Ort, wo es gefertigt wurde, hinter sich. Auf der anderen Seite, von wegen bin ich da jetzt auch viel durch die Gegend geturnt. Ich habe es halt auch immer wieder, dass ich die Geräte hier nehme, dass ich die Geräte rüber in die Werkstatt bringe. Ich bringe es ins Auto. Ich bin damit ein paar Mal irgendwo hingefahren, habe da irgendwas geschweißt. Irgendwann muss es sich mal ein bisschen verstellt haben. Und wenn ich es ein bisschen besser justiere, 0,8 Millimeter ist da zum Beispiel die Vorgabe oder der Erfahrungswert von Haus und Werkstatt 24. Dann wird das Gerät wieder genauso schön zünden, wie es am Anfang gezündet hat. Der nächste Punkt ist dann hier vorne meine wackelnde Verschraubung. Da habe ich auch Glück. Ich habe da nichts abgebrochen. Das ist nur die Mutter. Die muss man hier wieder so ein bisschen, ich hoffe, das sieht man vernünftig, die muss man hier wieder so ein bisschen kontern. Das kann ich hier schon ein bisschen mit dem Finger machen. Da gehe ich gleich mit dem Maulschlüssel rein und kann das Ganze wieder so ein bisschen festziehen. Und dann ist mein Anschluss hier vorne auch wieder fest. Das ist auch kein Problem. Also habe ich alle Probleme innerhalb von ein paar Minuten hier gelöst. So, da gehe ich jetzt erst mal an die Ausführung. Und das wäre bei jedem standardmäßigen Schweißgerät so. Ja, also Zündstrecke und so ein Anschluss. Das ist natürlich jetzt spezifisch hier für das Gerät. Aber das normale Ausblauhasen, da ist es egal, ob ich ein Elektroden-Schweißgerät habe, ein WIG-Max-Schweißgerät oder ein WIG-Schweißgerät. Das ist eigentlich bei allen gleich meine Vorgehensweise. Das muss man so nicht machen, aber ich finde das wirklich sehr, sehr sinnvoll. Ansonsten, das ist nicht umsonst eins meiner absoluten Lieblingsschweißgeräte. Es schweißt absolut genial, hat eine schöne Technik. Man sieht auch, dass es sehr aufgeräumt ist. Das macht wirklich hier drin auch einen sehr guten Eindruck. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Schweißgerät. So eine Zündstrecke einstellen ist wirklich kein Problem. Ich habe jetzt hier 0,8 Millimeter. Ich habe hier so eine Leere, die passt hier gerade so eben durch. Also da passt wirklich kein Blatt mehr zwischen, wie man so schön sagt. Einstellen ist hier gerade bei dem Gerät, lässt sich das sehr schön einstellen. Bei der Muttern habe ich wieder vernünftig gekontert. Das Ganze ist zentrisch zueinander ausgerichtet. Jetzt sollte das Gerät wieder deutlich, deutlich besser zünden, so wie am Anfang. Man hatte gesehen, es hat sich leicht verstellt und war nicht mehr so zentrisch zueinander ausgerichtet. Das wird wahrscheinlich schon das Problem gewesen sein. Also es hat vorher noch vernünftig gezündet, aber halt nicht mehr ganz so wie am Anfang. So eine Zündstrecke einstellen, also kein Problem. Was man nicht machen sollte, man sollte das Spiel nicht überbiegen. Es gibt da auch so diverse Videos und dergleichen. Da baut sich das einer so auf, dass er hinterher von wegen auf 10 Zentimeter zünden kann oder so. Damit überbiegt man das Spiel und damit kann man natürlich auch schnell Probleme kriegen und kann diesem Gerät einen empfindlichen, nicht reparablen oder nur sehr schwer reparablen Schaden zufügen. Wenn man sich das Ganze nicht zutraut, das bieten eigentlich auch alle Hersteller an, dass man das Gerät einschicken kann, dass man das Gerät da kalibrieren kann beziehungsweise dass man da die Zündstrecke einstellen kann. Ich werde jetzt so vorgehen, dass ich dann nachher, wenn ich das Gerät wieder komplett zusammengebaut habe, damit nochmal wieder schweiße und dann sehe ich natürlich, wie das Ganze funktioniert. Und schon haben wir das erste Gerät wieder fertig. Ich würde mal behaupten, ich habe an dem Gerät so 70 bis 80 Prozent an Staub einfach abgesaugt. Völlig problemlos, besonders diese größeren Partikel, die man hier oben so ein bisschen gesehen hat. Und nur diese letzten 10, 20 Prozent habe ich draußen vorsichtig ausgepustet und selbst dafür habe ich mir noch einen Mundschutz aufgesetzt. Ich hasse das wirklich, wenn man so einen Geschmack da im Mund hat, dann weiß man auch, was man da in irgendeiner Form eingeatmet hat. Das werde ich gleich noch mit den beiden Geräten auch machen. Ist im Prinzip dasselbe. Da habe ich dann nicht diese beiden kleinen Nebenarbeiten. Hier ist wieder alles fest. Zündstrecke ist wieder eingestellt. Aber im Prinzip von wegen ist es dasselbe. Vorsichtig absaugen. Staubsauger steht draußen noch. Vorsichtig absaugen und dann eventuell hinterher nochmal mit Druckluft den Rest ausblasen. Aber wirklich nicht umgekehrt und wirklich nicht in der Werkstatt. Kommen wir zum nächsten Thema. Das sind unsere Schlauchpakete. Beim Thema Schlauchpakete. Egal ob WIG oder MAC Schlauchpakete. Ich gucke die Schlauchpakete einfach mal ab. Ich gehe die mal komplett ab. Ich habe zum Beispiel hier eine Beschädigung in meinem Schutzschlauch. Das heißt, ich muss mir mal einen neuen Schutzschlauch gönnen, weil sonst habe ich natürlich das Problem, dass der Schlauch hier beschädigt wird beziehungsweise hier geht die Steuerleitung mit durch, dass die Steuerleitung beschädigt werden kann. Das will ich natürlich nicht. Darum muss ich mal einen neuen Schutzschlauch haben. Ansonsten würde ich hier großartig nichts reinigen oder warten. Die Verschleißteile, die wechselt man sowieso regelmäßig. Wenn man aber jetzt so drauf ist, dass man fürs neue Jahr gut gerüstet sein will, dann kann man natürlich auch gleich mal die Verschleißteile austauschen und sich da was Neues gönnen. Bei den Max-Schlauchpaketen, ich habe so drei, vier Max-Schlauchpakete, die ich immer im Einsatz habe, die kontrolliere ich auch komplett mal auf Beschädigung. Und ich gehe immer so vor, ich ziehe wirklich hier die Seele mal raus. Das ist hier eine Stahlseele. Eine Teflonseele ist noch deutlich empfindlicher. Die Stahlseele ziehe ich einfach mal raus. Dafür am besten das Schlauchpaket lang hinlegen und kontrolliere das auch, ob hier mal so ein Knick drin ist oder irgendeine Beschädigung ist. Wenn ich einen Knick oder eine Beschädigung habe, dann sollte ich das austauschen. Gleichzeitig halte ich hier einfach mal immer die Druckluftpistole ran und puste die Schlauchpakete oder diese Seele dann auch wirklich einmal durch. Da sind auch immer so leichte Verunreinigungen, obwohl man die meistens wirklich sehr, sehr schwer hier rauskriegt. Wenn das da verunreinigt ist und da längerfristig was drin ist, dann muss man das Ganze dann irgendwann austauschen. Aber normal muss man sagen, diese Seelen, die halten wirklich gerade diese Stahlseelen, die halten lange. Teflonseelen sind schon so ein bisschen empfindlicher, aber Stahlseelen halten jahrelang. Ich habe das jetzt hier mal im zusammengewickelten Zustand zum Zeigen ein bisschen rausgezogen. Normal auch jetzt das Reinschieben wieder machen wir nur im gestreckten Zustand des Schlauchpaketes. Da geht das deutlich einfacher und da geht es natürlich ohne Probleme. Wenn ich das jetzt hier so gedreht habe, dann drücke ich ein bisschen fester. Plötzlich knickt mir das ab, dann habe ich die Seele ruiniert. Das kostet nicht die Welt, aber das muss ja nicht sein. Und das ist eigentlich schon so der Punkt, was ich mit den Schlauchpaketen mache. Ich habe wie gesagt zwei, drei WIC-Schlauchpakete und zwei, drei MAG-Schlauchpakete oder vielleicht sind es auch vier MAG-Schlauchpakete. Die habe ich hier alle hängen an der Wand. Die gehe ich alle einmal durch, gucke die einmal kurz nach. Und auch beim Thema Schutzausrüstung muss ich natürlich mal so ein bisschen nachgucken. Ich werde hier das Visier, habe ich mir nochmal neu bestellt bei Optrell und ich werde das Ganze hier mal schön sauber machen. Ich werde das Ganze einfach in die Spülmaschine tun und das hier oben, das kann man sogar mit waschen. Das geht in die Waschmaschine. Die Brillen, die ich hier habe, ich habe mittlerweile drei Stück hier, hauptsächlich benutze ich die hier. Die gehen bei mir einfach mit in den Geschirrspüler und danach sind die wieder schön. Die hier ist so verkratzt, die werde ich jetzt einfach entsorgen. Das ist natürlich da auch der richtige Zeitpunkt. Gleichzeitig gehe ich natürlich auch mal meinen Artenschutz durch und die hängt ja auch noch bei mir in der Werkstatt. Die hat ja natürlich schon lange eigentlich nichts mehr verloren. Die geht natürlich gleich mal mit in den Müll. Ganz wichtig ist natürlich beim Thema Schutzausrüstung auch die Pflege der Schweißhelme. Die sind natürlich ganz besonders wichtig. Die schützen uns, die schützen unsere Augen, die gewährleisten uns eine gute Sicht auf den Prozess. Was man hier so merkt, ich habe jetzt hier viel gereinigt, die letzten Tage ein bisschen mehr geschliffen. Da sind die Helme doch stark eingestaubt. Da ist so ein Beutel hier, so ein Schutzbeutel, den ich hier an meinem Speedglashelm habe, doch wirklich Gold wert. Aber auch selbst der ist leicht eingedreckt. Selbst den werde ich gleich mal massiv reinigen. Ich habe hier meinen Standard-Schweißhelm. Da werde ich einfach hier das Kopfwand ausbauen, die beiden Scheiben ausbauen. Da ist eine Glasscheibe, so eine Vorsatzscheibe und dann die Verdunklungsscheibe. Das werde ich ausbauen. Da geht das Ganze unter den Wasserhahn, wird vernünftig gereinigt, getrocknet. Neue Glasscheibe wieder zusammengebaut und der Helm ist wieder perfekt wie neu. Bei dem AH350 Real Color, da ist mir neulich hier der Versteller, hier der Drehregler kaputt gegangen. Leider, da ist der Helm draufgefallen. Aber das macht nicht so viel aus. Ich habe hier einmal meine, ich habe hier einmal, das ist die Delayzeit. Die habe ich einmal eingestellt. Die verändere ich eigentlich nicht. Sensibilität und die Verdunklungsstufe ist nach wie vor gegeben. Also ist der Helm auch weiterhin einsatzbereit. Aber man sieht schon, man hat hier überall diese Dreckspuren. Hier auch komplette Kassette austauschen, also ausbauen. Dann das Schweißband, Stirnband hier ausbauen. Und dann kann ich den auch mit unter den Wasserhahn nehmen und den vernünftig reinigen. Also das muss man hier alles, diese Mimik ausbauen. Ich tausche dann natürlich gleich mal prophylaktisch die beiden Scheiben. Also die innere Vorsatzscheibe und die äußere Vorsatzscheibe. Und was ich auch immer dem zugemache, dass ich die Batterie wechsle. Die Batterien, solche Knopfzellen, die kosten wirklich nichts. Und man hat den ganz großen Vorteil, man tauscht die einmal im Jahr. Und dann hat man das ganze Jahr meistens Ruhe und hat da keine Probleme mit, dass man da irgendwo gerade, meistens ist es ja in den unglücklichsten Momenten, dass plötzlich dann diese Batterie leer ist und versagt. Also dementsprechend tausche ich die lieber vorbeugend aus. Das ist nun mal ganz kurz zum Thema Helm. Und wie gesagt, so ein neues Kopfband, das kann natürlich immer Wunder wirken. Ich hatte hier das gerade erst erneuert. Das ist so ein 3M Kopfband. Die kann man auch für ein paar Euro bei Amazon, bei Ebay bestellen. Ich weiß gar nicht, bei Haus und Werkstatt gibt es die, glaube ich, auch zu bestellen. Also das ist wirklich eine schöne Sache. Im neuen Jahr muss ich mir auf jeden Fall auch noch mal was überlegen, dass ich die Helme immer in so einen Schrank packe. Die werden schon beim Schweißen und so dreckig, wenn sie jetzt hier noch beim Schleifen und dergleichen oder beim Saubermachen heute alles sauber gemacht, dann noch dreckig und staubig werden. Das ist natürlich auch unschön. So, ich hoffe, das waren mal, das ist so schön, das Schweißgerät jetzt wieder, das ist so schön sauber. Ich hoffe, das waren mal ein paar interessante Impulse zum Thema Schweißgeräte reinigen, zum Thema Schutzausrüstung reinigen und dergleichen. Wenn ihr noch schöne Impulse habt, schreibt mir die in die Kommentare. Ich freue mich da immer zu. So ein Austausch, der ist wirklich immer sehr, sehr interessant. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, ich freue mich immer tierisch über einen Daumen hoch. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen und beim Reinigen eurer Schweißgeräte. Euer Manni. Und ich werde jetzt natürlich das Gerät wieder zusammenbauen und werde erstmal meine HF-Zündung testen. Bis dann.